Das war die Antwort der lebenden Dichter auf Agnes Miegel, Bente Fahlemann. So, und jetzt steht dann gleich die erste Wertung für das Team der lebenden Dichter an. Werden Sie Ihren Vorsprung verteidigen können, nachdem das Team der Toten Dichter jetzt doch nachgelegt hat. Agnes Miegel mit 24,3 Punkten, die bisherige Höchstwertung für das Team der Toten Dichter. Ah, der Vorsprung. Naja, wir werden sehen, liebe Jury, zeigt uns eure Wertung auf 3, 1, 2, 3, jetzt. Und da gehen doch die Meinungen etwas auseinander. Das ist ein Grund, dass du so klein geschrieben hast diesmal. Habe ich jetzt nicht verstanden, was sagst du? Es soll schnell gehen, sagst du. Okay, das akzeptiere ich dann so. Wir beginnen mit der niedrigsten Wertung, die wir streichen werden. Eine 6,8. Verhaltener Applaus und leises Buhnen. Eine 7,6 sehe ich da. Ich sehe, sehr klein geschrieben, aber es muss ja schnell gehen. Eine 8,0. Wir haben eine 8,9. Und ich glaube, das gab es heute noch nicht. Eine 9,0. Die wird leider Gottes gestrichen, aber auch die 6,8 ist eigentlich schon vergessen. 7,6, 8,0 und 8,9. Nein, das sind 24,5 Punkte. Stimmt das? 24,5 Punkte für Bente Fahlemann. Applaus für die Poetin. Und nicht für die Wertungen. So, vor der letzten Runde führt das Team der lebenden Dichter mit 74,8 Punkten zu. Äh, Moment. 50. 62, 63 Punkte müssen das sein für das Team der Totendichter. Es ist noch alles möglich, äh, das ist uns ja wohl klar. Und denn für den letzten Auftritt, da lassen jetzt die Totendichter ihren Superstar ran. Es ist nicht Goethe, aber der andere. Ein Lokalmatador. Er kommt aus Marbach am Neckar zu uns, ein Schwabe. Und, äh, ja, seine Balladen gehören zum bekanntesten, was die deutsche Literatur zu bieten hat. Die Bürgschaft zum Beispiel oder die Glocke. Und seine Theaterstücke gehören zum Standardrepertoire deutscher Theaterhäuser. Ich sage nur, die Räuber oder Wilhelm Tell. Begrüßen Sie ganz herzlich den letzten Poeten für das Team der Totendichter. Es ist Johann Christoph Friedrich von Schiller. Und, äh, ja, 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 ja. Und, äh, ja, ja, ja. Und, äh, ja, 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 ja. Vielen Dank.